Nein. Was genau machst du hier, Oma? Oh, die Oma, die muss economy fliegen. Oha, ich dachte, er spendiert so für die ganze Family First Class. Oha. Geil, Mann. Was für Schweizer. To me. Was für das? Du kennst es. Was bin ich? Nein, geht gar nicht. Das war schon immer mein miesiger Traum. Wir reagieren das erste Mal auf ein Video vom lieben Trimax, Leute. Trimax, der Dude, der ist nach New York geflogen. Und ein Video von ihm ist in den Trends, das erste Mal First Class, acht Stunden Flug nach New York. Ich bin bis jetzt zweimal in meinem Leben Business Class geflogen, von Doha auf die Philippinen und von den Philippinen zurück nach Doha. Und ich kann euch sagen, also die Flüge habe ich extrem günstig bekommen. Ich habe pro Flug 450 Euro gezahlt. Es ist ein No-Brainer, dass man da sagt, da fliegt man nicht Business, also da fliegt man Business. Und es war unnormal geil. Also würde man das finanziell stemmen können, würde ich das nur noch so fliegen. Es ist so komfortabel, es ist so chillig einfach. Allein schon, dass du, du kannst Essen bestellen, wann du möchtest. Du kannst Filme viel komfortabler gucken und so weiter und so fort. Aber wenn du es regulär kaufst, ist es halt echt teuer. Das heißt, du musst unglaublich viel Geld verdienen, dass du dir das leisten kannst. Über so Kreditkarten geht das Ganze deutlich besser und viel günstiger. Da kannst du das mit Punkten einrechnen. Und das lohnt sich dann viel, viel mehr. Ich kann euch da mal einen Link von meiner Kreditkarte in die Videobeschreibung hauen. Ich habe eine American Express Platinum, nutze ich super gern. Übernächste Woche fliege ich nach Manchester zu MyProtein. Und ich kann damit dann zum Beispiel an den ganzen Flughafen in diese ganzen Lounges. Das ist auch super nice. Das ist schon immer sehr, sehr komfortabel. Kann man sich immer Essen holen und trinken. Und ich habe mir das auch so hochgerechnet, dass ich mir da halt Essen und Trinken immer spare, was ich mit dem Flughafen sonst geholt hätte. Das ist ja sehr teuer am Flughafen immer, das Essen und Trinken. Und dadurch, dass ich ein paar Mal im Jahr fliege, auch fliegen muss, baue ich mir das jetzt. Kann in der Lounge das kostenlos essen. Und dadurch habe ich die Kreditkarten gebührt, teilweise durch viele Vorteile schon wieder drin. Also, Link ist in der Videobeschreibung. Dann kriegt ihr ein paar Gratispunkte darüber, wenn ihr euch darüber was holen möchtet. Aber schaut euch das Ganze nochmal gut an. Wir schauen jetzt auf jeden Fall bei dem neuen Trimax vorbei. Gucken wir mal, was er macht. First Class finde ich super interessant. Das ganze Thema und von ihm so ein Video. Schauen wir mal, was wird. Moin Leute, Trimax hier. Heute beginnt es. Heute geht es für mich für zwei Monate nach New York. Für zwei Monate? Leute, oha, ich dachte nicht, dass der da so lang ist. Der hat einfach nur Urlaub. Fastbar geile Bude und haben da richtig, richtig viel vor zu vloggen. Wenn ihr das also nicht verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren. Und heute geht es jetzt erstmal nur um den Flug. Mein Bruder ist auch mit dabei. Also meine Freundin ist auch mit dabei. Meine Oma ist dabei und meine Eltern. Volles Programm mit der ganzen Familie erstmal hin. Die sind nicht so lange da, nur eine Woche. Aber den Flug hinnehmen wir. Und ich wollte mein ganzes Leben lang schon einmal erste Klasse fliegen. Weiß jemand von euch, warum der zwei Monate nach New York geht? So lang? Noch nie gemacht. Und auch nur New York? Ist die teuerste Stadt der Welt. Ich würde mir vielleicht so die günstigste raussuchen, um Geld zu sparen. Ich meine, ein Ernst ist nicht wirklich nötig. Aber er spielt ja auch Fußball in einem Verein und so. Finde ich auch völlig unnötig, weil das Ticket das Zehnfache kostet. Seine Freundin hat ihren Master bestanden. Und das ist dann so das Ding quasi, dass sie dann da hinfliegen. Aber ich dachte mir, für einen Vlog, um euch das Ganze mal zu zeigen, kann man das auf jeden Fall machen. Mein Bruder hat sich das zum Geburtstag geschenkt. Das ist richtig? Danke. Gerne. Daumen hoch und lächelt. So Leute, die Oma ist auch mit dabei. Der hat mir das Ticket auch geschenkt. Nicht daumen hoch. Sie war noch nie in Amerika. Da geht es das erste Mal hin. Bist du aufgeregt? Bin aufgeregt. Das schaffen wir. Wir sind fast drin. Wir sind fast drin im Flieger. So Leute, hier ist der Flieger. British Airways. Naja. Hier sind wir da. British Airways. Boah, ich weiß nicht, wie die sind. Ich glaube, die sind so ähnlich wie Lufthansa vielleicht. Ja, ich glaube, ähnlich. Schaut auch ähnlich aus, ehrlich gesagt. Und das ist jetzt First Class? Das schaut eher aus wie Business Class. So ein bisschen. Das ist ja, also vom Platz her? Bruder hat seine Kapitel direkt neben mir. Wo sieht das Ganze aus? Ich werde mich gleich mal hinsetzen. Das sieht schon kraft aus. Ich bin mal gespannt, wie sehr man liegen kann. Kann man hier richtig liegen? Was kann das hier alles? Erst mal alles anfassen, ne? Er hat eine eigene Lampe. Krass, sehr gut. Weil heute ist das Spiel tatsächlich heute Abend. Man City gegen Real Madrid. Wir haben ja Eli am Flughafen getroffen. Übel random. Ich kann das Instagram-Serie nochmal reinpacken. Jetzt geht es los nach New York. Ich habe mir hier gerade noch bei Gosch schnell ein Lachsbrötchen reingefäffert. Und auf einmal ist Eli hier. Es ist so rad. Wie geil, Alter. Mit welcher der größten Streamer Deutschlands treffen sich einfach komplett random am Flughafen. Und er fliegt nach Madrid zum Halbfinale. Der ist einfach ins Stadion geflogen nach Madrid. Und wir fliegen nach New York und haben ihn da einfach beim Gosch getroffen für ein Lachsbrötchen haben wir uns da geholt. Was ist das? Eine PSP. Das sieht aus wie eine PSP. Nein, das ist die Bedienung. Das sieht echt aus wie eine PSP. Das ist eine PSP. So, Leute, ich sitze jetzt. Kann man sich ranziehen? Kann man sich ranziehen. Dann kann man sich so hinlegen. Ich sitze jetzt. Der Schuh ist wahnsinnig gemütlich. Und dann die Füße da raufpacken. Ja. Braucht man da zuerst die Decke ausbreiten, damit man den Ritz nicht dreckig macht. Ist die dafür? Die Schuhe zieht man, glaube ich, aus. Ja, als First Class schon enttäuschend ist bei anderen Business Class. Also für First Class ist das wirklich enttäuschend. Ich hatte geguckt, so First Class Sitze gibt es auch. Die kannst du zu zweit buchen. Und dann hast du wirklich so eine, wie so eine Kabine für dich. Also bei, wie heißen die nochmal, wo wir geflogen sind? Mit Qatar Airways sind wir geflogen. First Class bei Qatar Airways. Das hatte ich mal geguckt. Da hätte ich auch ein paar Punkte gehabt. Also ich hätte mir von meinen Punkten einen First Class Flug Langstrecke raushauen können. Oder zwei Business Class Flüge. Das habe ich dann gemacht. Genau. Aber ja, First Class muss schon krasser sein als das hier. Oder ist das die Decke zum Zudecken? Hi, willkommen, Mr. Stammler. Would you like a drink? Äh, yes, please. What would you like? Coke Zero? Yeah, certainly with your ice. Yes. Okay. Thank you. Das sind doch nicht geschenkt. Die sind geschenkt? Echt? Ich glaube, die sind geschenkt. Nein, die sind nicht geschenkt. Die musst du abgeben. Okay, krass. Das ist doch die Decke zum Zudecken. Die kannst du auch nicht benutzen, weil die haben diesen Stecker fürs Flugzeug. Die Decke für die Füße. Warte mal. Zack, zack. Ja, safe. Ich glaube, man kann seine Füße einfach hinlegen. Boah, chillig. So, jetzt kam ja gerade noch eine andere. Welcome to First. Mit die, nachdem ich schon trinken bestellt habe. Wir haben uns gefragt, ob wir mal ein Champagner möchten. Die nehmen wir. Eine, bitte, guck mal, für Soft-Tränge eine, für Champagner. Ja, genau, es sind zwei verschiedene. Okay, we've got Champagne coming as well. Yes, thank you. I mean, it's a kit for you. Would you like to sleepwear for the flight? Äh, no, thanks. Are you sure? Ja. So, mitbekommen. Ich wurde gerade gefragt, ob ich Schlafkleidung haben möchte für den Flug. Kleidung? Nehm, sag du gleich ja. Du musst die anziehen, bitte, für den Vlog. Thank you. Thanks. Hast du die Pyjama gerade angenommen? Ja, die Pyjama. Wie geil. Ja, ne? Geil. Gefühlt wollen die einen auch bei den Flügen einfach nur so richtig abfüllen, hab ich das Gefühl. Weil dann sind die Leute gut drauf, wenn sie angetrunken sind, so sind sie easy. Hast du deine Pyjama bekommen? Ich zieh die gleich an. Ey, siehst du gleich so an, die würdest du so rocken. Ist der langärmlich? Schau mal, auch hier hinten, ne? Irgend so ein Business-Typ. Er fliegt wahrscheinlich irgendwie gerade zu einem Geschäftstermin, will vielleicht ein bisschen abspannen. und dann hast du da so zwei Leute neben dir, die die ganze Zeit rumkichern und rummachen und dies und das und dann rumfilmen und sowas. Aber passiert halt, kannst du deinen Nachbarn nicht aussuchen. Also langärmlich über, sag mal so, bodenlos. Wir müssen immer noch unseren Platz verwalten bis hin. Aber jetzt haben wir hier echt getauerhaft, der hat irgendwelche Sachen gemacht. Deswegen, wenn ich meinen Pullover in den Schrank hänge. Das ist geil. Den hab ich nicht gesehen. Das ist geil. Wir sitzen jetzt schon seit zehn Minuten hier und wir entdecken die ganze Zeit immer noch neue Sachen. Das ist eigentlich völlig unnötig. Ich zeig auch direkt die nächste Sache. Hier. Was ist da drin? Du siehst es leider nicht. Hier ist ein Spiegel drin. Ein Fach zum Sachen verstaut. Das hab ich mir noch gar nicht angeschaut. Was kann das denn alles hier? Oh, ich hab mich verklickt. Oh shit, ich hab das Ding gedrückt, nicht, dass ich den Kellner anfordere, glaub ich. Ich hab noch ganz schnell ein kleines, warmes Handtuch auf den Teller bekommen. Du hast auch schon einfach nichts gesagt. Runtergefallen. Where's the menu? Oh, it's here, darling. Okay. Shall I come back in a minute? Yeah, that would be nice. Thank you very much. Hat sie uns gerade beide Darling genannt? Ja. Wir wurden Darling genannt, ja. Ich glaub, das ist ja so. Aber wir müssen jetzt ins Menü gucken. Oh, es gibt, als Nachtisch gibt's Crepes mit Vanilleeis. Dessert. Passionfruit Hazelnut Tart. Dark Chocolate. Crepe Suzette. Okay. Oh, sehr nice. Aber die werden safe nicht frisch gemacht da oben. Homemade Vanilleeis Cream. Select from raspberries. Fresh seasonal fruit. Bei uns war's so, ich denke mal, das wird da auch so sein. Die haben halt ein, also eine Menge davon beim Flug dabei. Und wenn du mehr haben möchtest, kannst du auch mehr haben. Vorausgesetzt, die anderen haben schon alle bekommen. Das heißt, bei uns war's zum Beispiel bei unserem letzten Business Class Flug so, dass ich, glaub ich, drei Hauptgänge gegessen hatte. Und dann zwei Frühstücks- oder drei Frühstücksportionen auch. Also viel mehr natürlich, wie ihr es von mir kennt. Ich würde dann einfach mal ganz frech fragen, ob man vielleicht entweder die drei Sachen kombinieren kann. Fresh seasonal fruit mit Eis auf Crepe. Wär geil. Sonst würde ich sagen, gib mir bitte Crepe mit Obst. Nein, mit Obst. Das kann man knicken. Popcorn gibt's hier, Niggi. Und Lindtrüffel. Served with savory biscuits. Yorkshire, was ist da oben? Ah, das würde ich gerne. Cheese, okay. Main course. Miso Puccine. Pen. Ricotta Ravioli. Lamp. Braced Lamp. Okay. Leaf Salad. Okay, okay, okay. Was ist denn ein Pen? Turboh. Crushed Herb. Potatoes Lobster Sauce. Keine Ahnung, was das hier ist. Turboh. Weiß ich nicht, was das ist. Okay, gut. Gefällt mir. Wenn wir hier wirklich Man City und Real irgendwie schauen können, bestell ich mir schön den Espresso. Hast du auch zwei Vorschweißen bestellt? Hast du auch zwei Sauffreißen? Ja. Wie heißt du? Beef Carpaccio mit Trüffelcreme und die Sweet Potato Soup. Sehr ausgesprochen. Internet haben wir, aber ich glaube, das mit dem Spiel gucken wird nichts. Das ist schon ein sehr schlechtes Internet. Aber das ist ja auch klar. Ich meine, wo sind wir denn? Man kann ja auch sehr nice den Flug kompensieren. Wollen sie alle wieder in die Kommentare schreiben. Der Flug hier, First Class, ist umgerechnet bei Atmosphäre 136 Euro. Ich zahle für mich und meine Familie, also wir zahlen 1000 Euro spendig für CO2-Kompensation. Macht es natürlich nicht besser, aber schon ein bisschen besser. So ein Netflix- und YouTube-Video-Shows, das Internet nicht ganz gut genug. Leckt wie Sau, aber man kann wirklich gut Clash auf Cranche gehen. Ich werde die sieben Stunden so durchfahren. Wieso machst du kein Live-Commentary? Nee, mir geht es nur darum. So macht man das nämlich. Wie geht der? Der leckt ein bisschen bei mir, weil ich so schwer bin. Alter, tief. Warst du schon mal ganz unten? Nee. Nein? Nein. Jetzt wegziehen wir noch. Echt? Lange geht der Modus. Ja klar, du willst ja auch flach da liegen, oder nicht? Oh, meine Füße. Oh, die drei eingeklemmt. Das geht komplett zum Bett. Ja. Echt? Das ist jetzt verbunden mit den Füßen. Ich zieh mir gleich so mein Pyjama an. Alter, ich gehe komplett. Ey, ich kann in vielen Hotelbetten nicht schlafen, weil ich zu lang bin, aber selbst hier passt das. Er legt sich auch komplett hin. Und das war wirklich auch bei mir das erste Mal ein sehr weirdes Gefühl, so da liegen zu können in einem Flugzeug. Ja, er muss hochgehen. Aber wenn du mal pennst, ist es entspannt. Es ist komplett anders. Es ist voll geil. Das Einzige, was nervt, ist immer dieses Turbulenzengeräusch. Dieses Düm. Dann anschnallen, nicht anschnallen. Das ist für die Füße. Bist du so weit oben, wie es geht? Ich liege gerade so. Ich dreh weiter. Ich bin so weit. Das ist mir ein bisschen zu veranflicht. Zu hoch, liegst du? Ich denke, die ganze Zeit, das ist ein Spiegel hier, weil wir genau die gleiche Lampe haben. Genau in dem Abstand. Es sieht die ganze Zeit aus wie ein Spiegel. Ich dachte dir auch schon. Was für eine scheiß optische Täuschung. Wir hatten gemachten Chips, gut. Das ist einfach alles nächstisch, die es gibt Popcorn. Das wollen wir uns teilen, ein bisschen wenig, gut. Ah ja, das sind meine. Lindo. Danke. Ich bin mal kurz die Oma besuchen gegangen. Nein. Was genau machst du hier, Oma? Und die Oma, die muss die Economy fliegen. Oha, ich dachte, er spendiert so für die ganze Family First Class. Oha. Digga, ich, also, oh. Die Oma wird in die Economy abgeschoben. Oder ist das dann die Business Class, wenn das da vorne die First ist? Ich habe mir, lass es mir jetzt nicht gut gehen. Ich habe mir was zu trinken bestellt. Gin Fizz mit Orang. Es schaut aber schon entweder aus wie eine gute Economy oder, also, es schaut jetzt nicht schlecht aus. Und eine kleine Flasche Brotwein. Sehr gerne. Oma. Der hier ist schon näher. Ja, das habe ich ja gemisch. Wie schmeckt es? Wunderbar. Probi mal ruhig. Ja, drück schon auf dich, Nick. Zum Wohl. Zum Wohl. Nichts gut drauf, die Oma. Would you like some water? Äh, no thanks. Are you sure? Oder eingedeckt. Sie dann auch sogar hier sitzen. Ich kenne, verfolgt Trimax nicht so, aber ist das deine Freundin oder wie ist das? Ich habe gerade schon was zu trinken bestellt. Bin gleich sehr gespannt aus Essen. Wir haben... Also, dir würde mir auch ein Vogel zeigen, wenn ich, wenn ich, wenn ich alleine Business Class oder irgendwas fliegen würde und die nicht... Boah, ich könnte mir das mein Leben lang anhören. Die ganze Zeit würde mir das vorgehalten werden, kann ich euch jetzt schon sagen. Trimax für beide Flüge hin und zurück 6.000 Euro bezahlt, aber eine sind die, wir haben schon ein halbes Jahr voll. Eine sind die noch viel, viel teurer. 6.000 Euro für beide Flüge hin und zurück. Das heißt, 3.000 Euro pro Ding, 1.500. Hä, okay, gut. Ist schon teuer, aber 3K für hin und zurück. München, New York, New York, München. First Class. Chat, was sagt ihr? Also, ja, ist natürlich viel Geld teuer, aber ich hätte jetzt ehrlich gesagt mit keine Ahnung 6K pro Person gerechnet, wenn es reicht. Also, vielleicht fast schon One-Way. 3K, ja, ist viel Geld, safe, aber da hätte ich die Oma auch noch mit, also mit Trimax einkommen, hätte ich dann auch noch gesagt, Omi, rein mit dir. Was ist das? Rieb Carpaccio mit Trüffelcreme. Ich sehe da jetzt auch gerade Rucola und Tomaten. Stell dir vor, einfach, du lässt so springen, dass du die ganze First Class einfach ausbuchst. Du sagst, wir machen Familienausflug. Wie so ein Bus, den du so mietest, so. Einmal British Airways, bitte einmal die ganze Business Class würde ich gerne mal mieten. Ja, meine ganze Familie kommt rein. Papa sitzt vorne rechts, Oma vorne links. Dann mein Bruder und ich nebeneinander. Ah, und die Freundin ganz weit weg nach hinten. Ich will das genirgeln. Die müssen wir doch beseitigen. Das ist sehr, sehr lecker. Das ist sehr lecker. Prost. Du wolltest dir gerade nochmal eine Cola Zero bestellen. Was ist passiert? Ich bestelle mir immer wieder eine Cola Zero. Die ist aber noch zur Hälfte voll, so in die Zukunft gedacht. Und die nimmt die dann immer einfach mit, weil ich nicht dann wieder eine volle kriegen soll. Ich weiß gar nicht, was das soll. In die Zukunft gedacht. Guten Appetit. Ah, macht man sich da so eine Soße drauf? Die muss ich aber erst mal probieren. Ich mache mir erst mal hier einen kleinen Klecks hin. Ich glaube, das ist das Lamm. Aber ich will noch kurz betonen, dass Max gerade auf Camp gesagt hat, dass das Lamm sehr lammig schmeckt. Warum ist hier noch überall so Gemüse drauf? Was sind das? Cranberries? Granatapfel. So, Essen war unfassbar nice. Also wirklich richtig, richtig gut. Hier ist noch lange nicht Schluss. Okay, dann muss ich sagen, bis jetzt, wie gesagt, bin jetzt einmal Business Class geflogen. Zwei Flüge. Essen war nicht schlecht, aber nie im Leben so geil, wie alle immer sagen. Alle tun immer so, als würde man ins Flugzeug steigen. Und das Essen, was man dann da bekommt, ist dann besser als in einem endgeilen Restaurant oder irgendwas. So, es ist besser als Economy-Essen. Aber, Junge, es ist trotzdem teilweise kalt und man merkt, dass es jetzt einfach was ganz anderes ist. Auch hier hast du ja gesehen, diese Keule, die er angeschnitten hatte, oder die Rippen, das war komplett durch das Fleisch so. Mein Bruder wollte sich gerade zum allerersten Mal in seinem Leben den Steinbutt bestellen, weil sie das hier haben. Der ist aber schon aus. Jetzt hat er sich eine Käseplatte bestellt. Zeig die mal. Du magst doch gar keinen Käse. Naja, ich mag Käse eigentlich schon, aber das ist schon, guck mal, wie fancy der Käse ist. Das stand aber auch so in der Karte, das ist schon ein spezieller Laufstück. Das Ding ist, ich habe mir tatsächlich nochmal ein Hauptgericht, ich habe mir nochmal ein Chicken bestellt. Ja, nochmal ein Hauptgericht. Und dann hat sie mich gefragt, was ich in the meantime haben möchte. Und dann hat mir das bestellt. Ich wollte es mal probieren. Geil, bestellt ihr den zweiten Hauptgang. Was möchten sie haben, während sie auf den zweiten Hauptgang warten, geil? Den goldenen. Ah ja, spannend. Auf den habe ich mich auch am meisten gefragt. Das war es schon, ich. Geil, leid. Ja. Ach so, ja, das ist sehr gut. Während Niki noch seine Käseplatte genießt, bin ich direkt schon mal im Nachtisch. Passionfruit Hazelnut Tart. Götter. Das ist angekommen. Crêpes, Suzette, Vanille-Eis. Da sind also irgendwie noch Aprikosen oder Pampelmuse. Orange. Geil. Oder Orange. Das ist geil. Also das Essen sieht schon besser aus als bei Dingen, Kata. Okay, ist noch dabei. Das ist aber nicht so gut. Und ich glaube, der Rest hier. Oh. Ist das Armonierung? Ist das nicht mit so Alkohol gemacht, Crêpes Suzette? Das ist doch mit irgendwie so, ich weiß nicht, was man da nimmt, aber ich glaube, das flammiert man oder nimmt man irgendwie so die Soßen mäßig damit an. So, während ich mir leider diesen mega miesen Aprikosen-Nachtisch bestellt habe, ist mein Bruder für einen weiteren Hauptgang gegangen. Was ist das? Das ist nämlich der Fehler, wenn ein Eukenid ist, zu früh zur Nachschweizung zu geben. Man muss einfach weiter machen. Mein Bruder hat mir ein Hähnchen abgegeben. Ehre. Danke, Mann. Kein Problem. Oh, wie schmeckt's? Also einfach spitze. Ich bin sonst nicht so, aber das hat gut. Schmeckt gut. Cool. Mein Bruder hatte sich jetzt schon... Die Oma kommt einfach vor, setzt sich auf den Fußbereich und isst mit. ... Meisen bestellt, aber gerade meinte die Kellnerin was zu ihm. Ja, ganz ruhig. Ihr habt jetzt so viel schon bestellt, wir müssen einfach gucken, ob die anderen Gäste noch was haben wollen und ob wir genug noch da haben. Ja, genau, das hast du schon gesagt. Hier in der Business-Loge gibt es ja nur acht Plätze. Wir haben zu zweit einfach für zehn Leute bestellt. So, Leute, in der Zwischenzeit haben wir ziemlich gechillt, auch ein bisschen gepennt. Wurden wir gerade mehr oder weniger geweckt und wurden gefragt, ob wir noch etwas haben wollen vor der Landung. Eigentlich haben wir beide keinen Hunger, aber das Burger-Menü gibt es ab jetzt und wir haben uns schön geordert. Ich glaube, mein Bruder ist gerade noch auf dem Klo. Ich bin jetzt... Junge, die... Ey, die beiden machen es genau richtig, Mann. Die lassen sich richtig gut gehen. Die hauen richtig rein. Schau mal, das ist... Das feier ich. Genauso muss man das machen, Trymax. Einfach alles richtig gemacht. Nicht einfach so mit so einem Laptop reinsetzen und dann den Business-Man spielen und dann einfach noch ein paar E-Mails schreiben, sondern einfach alles leer. Es nutzt die Zeit. Wofür hast du das denn gezahlt? Geil. Schon schön reinpfeifen. So, Burger war sehr geil. War auch nicht so groß. Wir haben uns nochmal direkt ein Eis hinterher bestellt. Dann haben wir mittlerweile, glaube ich, auch die gesamte Speisekarte mindestens einmal durch. Geiler Typ. So Leute, wir sind gleich gelandet. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Flug. Alles, was sonst beim Fliegen stört, war hier nicht dabei. Wir wollen das auf jeden Fall mal testen. Ist auf jeden Fall krass. Aber wenn man normalerweise hier 10.000 Euro für einen Flug bezahlt, ist das ein bisschen zu viel. Ansonsten haben wir, was geil war, wir haben, man saß nicht ungemütlich, das fackt am meisten ab. Man hat Internet, das fackt sonst immer ultra ab. Und man hat schlechtes Essen, das fackt sonst ultra ab. Das hatten wir hier alles drei nicht. War auf jeden Fall eine feine Sache. Was sagst du? Das hat sich halt überhaupt nicht wie den Flughafen gefühlt. Wirklich gern jetzt noch sechs Stunden weitergefunden. Der war echt cool. Also das war einfach nur heftigstes Chillen, ohne dass die Leute ein per Telefon erreichen können, was auch mal ganz cool war. Und ich habe ungefähr 35 Mal Sachen gestellt. Vicky hat eine Taktie jedes Mal, wenn sie kam zum Geschirr abräumen, hat er was Neues bestellt. Und das habe ich auch gemacht. Und am Ende haben sie einfach meine Tischdecke weggenommen und meinen Tisch eingeklappt, ohne mich zu fragen, ob ich noch was will. Wir haben auf jeden Fall Vollgas gegeben. Schreibt eure Meinung sehr gerne in die Kommentare. Du brauchst das Handy. Und abonniert den Kanal. Du musst jetzt lang. Okay. Okay. Macht die Abmacht, mein Blatt. Abonniert den Kanal, weil jetzt geht's. Jetzt geht's direkt los. Geil. Alright. Du, da werde ich vielleicht tatsächlich mal reinschauen, ne? Bei Trimax die nächsten Wochen oder so. Wenn da jetzt USA-Content kommt, feiere ich. Mal unterhaltsames Video auf jeden Fall. Mal ein bisschen anderer Business Class, First Class Tests, als man ihn gewohnt ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.